Was ist die zentrale Herausforderung, gesamtgesellschaftliche Herausforderung des 21. Jahrhunderts? Ich glaube, wir müssen uns einfach wirklich klar darüber werden, dass Euro- und Finanzkrise gegen Klimawandel wirklich Peanuts ist. Dass wir uns einfach darüber im Klaren sein müssen, dass, wenn wir so weitermachen wie bisher, wir einfach massive Veränderungen der Lebensbedingungen hier auf der Erde haben werden. Wir haben heute schon eine Situation, wo mehrere hundert Millionen Menschen wirklich von den direkten Folgen des Klimawandels betroffen sind. Das heißt, durch Gletscherschmelze, durch Dürren, durch Übersperrungen steigenden Meeresspiegel. Das ist für die Menschen in Mitteleuropa meistens noch relativ weit weg. Aber wie gesagt, es sind mehrere hundert Millionen Menschen, die schon jetzt sozusagen unter den direkten Folgen leiden. Und nicht nur das, Klimawandel ist auch deswegen, glaube ich, die zentrale Herausforderung, weil sie aufs Engste verknüpft ist mit vielen anderen großen Challenges, großen Herausforderungen, die wir haben. Sei es Nahrungsmittelsicherheit, sei es Artenerhalt und Biodiversität. Alle diese Sachen können wir nicht vernünftig adressieren, wenn wir den Klimawandel ignorieren. Das ist für die Frage der Nahrungsmittelsicherheit sicherlich eine ganz offensichtliche. Und das zeigt auch, dass das Klimawandel viel mehr ist als ein Umweltproblem, wie es klassisch vielleicht auch gehandhabt worden ist und von vielen Akteuren vielleicht jetzt auch noch gehandhabt wird. Klimawandel oder die Herausforderung des Klimawandels oder die Begegnung dessen und die Vermeidung auch eines gefährlichen Klimawandels ist viel mehr als ein Umweltproblem. Es geht hier wirklich um einen gesamtgesellschaftlichen Veränderungsprozess, der weit über einen reinen Umweltaspekt hinausgeht. Das hört sich dann immer sehr schnell sehr bedrohlich an sozusagen. Das ist auch eines der Probleme, die wir in der Kommunikation dieses Problems oder dieser Herausforderung im Klimawandel eben haben. Aber die Good News sozusagen sind, dass wir was machen können. Wir sind, und das sagt die Wissenschaft uns sehr eindeutig, eben zum sehr großen Teil als Menschen verantwortlich für das, was hier zurzeit passiert auf der Erde durch die Art und Weise, wie wir leben, wie wir wirtschaften. Die Treibhausgase, die wir ausstoßen und sich in der Atmosphäre sammeln, die führen zu dieser Erwärmung, zu diesem langfristigen Erwärmungstrend, den wir sehen. Das ist nicht gut, dass es so ist. Gut daran ist aber, dass wir was dagegen tun können, weil wir die Ursache sind sozusagen. Und das ist auch das, was wir eben als Stiftung Mercator versuchen, genau hier anzusetzen, an der Ursache anzusetzen, an der Emission der Treibhausgase, die wir versuchen auch mit unserer Arbeit so weit zu reduzieren, dass wir die schlimmsten Folgen des Klimawandels verhindern werden können. Also ich leite hier in der Stiftung den Themencluster, wie wir das ja nennen, Klimawandel. Ich habe vor über drei Jahren jetzt hier angefangen. Zu dem Zeitpunkt gab es diesen Themencluster sozusagen noch gar nicht. Das heißt, ich konnte ihn von Grund auf mit aufbauen. Das heißt, eine meiner Hauptaufgaben war und ist auch immer noch, Strategien zu definieren, Leute intern wie extern davon zu überzeugen, dass die Sinn machen, Ziele zu finden zunächst mal, die wir erreichen wollen mit dem, was wir machen. Da haben wir uns als Stiftung Mercator ja ein sehr klares Ziel gegeben, dass wir nämlich mit dem, was wir tun, unterstützen wollen, die politischen Treibhausgase-Reduktionsziele, die im Raum sind. Für Deutschland formuliert heißt das eine Reduktion um 40 Prozent bis 2020 und mindestens 80 Prozent bis 2050. Allein dieses Ziel sozusagen, sich zu geben, war ein langer Diskussionsprozess. Und dann gibt es natürlich vielfältige Art und Weisen für uns als private Stiftung, wie man das tun kann sozusagen. Das heißt, wir haben uns lange Gedanken darüber gemacht und das ist eben der Teil meiner Arbeit oder der Teil, für den ich hier auch im Wesentlichen verantwortlich bin, darüber, was wir tun wollen, um dieses Ziel zu unterstützen, was wir aber auch eben nicht tun wollen. Das bedeutet der Strategie auch. Das heißt, eine Menge konzeptioneller Arbeit, auch wie wir es dann tun wollen, also mit welchen Instrumenten, mit welchen Formaten, mit welcher Art von Arbeit, Wissenschaftsförderung oder Bildung oder was wollen wir da machen. Da haben wir einen klaren Fokus uns besetzt sozusagen auf die Schnittstelle, insbesondere zwischen Wissenschaft und Politik. Das heißt, wir wollen politischen und auch anderen Entscheidungsträgern in anderen Sektoren sozusagen Handwerkszeug an die Hand geben, wie sie sozusagen die richtigen Rahmenbedingungen dafür schaffen können, dass wir diese Reduktionsziele erreichen können. Das ist ein großer Teil meiner Arbeit, weil das natürlich ein fortlaufender Prozess ist und eine Strategieentwicklung, die ja auch angepasst werden muss an aktuelle Entwicklungen. Und dann natürlich aber auch ganz konkret die Entwicklung von Projekten, die eben auch dazu passen zu solchen Strategien. Das heißt, eines der jüngsten Beispiele, ein sehr großes Projekt, ist die sogenannte Agora-Energiewende. Die Agora-Energiewende versucht oder nicht versucht, sondern bringt Entscheidungsträger, Multiplikatoren aus ganz unterschiedlichen Sektoren hier in Deutschland zusammen, um sozusagen einen Raum zu schaffen für strategische Diskussionen darüber, wie man jetzt eigentlich dieses große Ziel der Energiewende, die in Deutschland ja politisch beschlossen ist, wie man sie eigentlich wirklich umsetzen kann. Wir haben da ja sehr ambitionierte Ziele als Bundesrepublik. Zurzeit weiß aber wirklich niemand, wie sie denn eigentlich wirklich zu erreichen sind und auf welchem Weg, denn es wird viele Wege zu diesem Ziel geben. Das sind so Projekte, die charakteristisch sind für das, was wir machen. Also Entscheidungsträger, Multiplikatoren zusammenbringen. Dafür eignen wir uns als private Stiftung, glaube ich, in ganz besonderem Maße, weil wir einfach, wir sagen immer, diese Convening Power haben, die Fähigkeit haben, sozusagen auch als neutraler Vermittler, Plattform bereitzustellen, wo Leute sich eben auch auf Diskussionen einlassen, auch die sie sich vielleicht nicht einlassen, wenn jemand anders einlädt. Das ist, glaube ich, eine große Stärke von uns. Und aber eben auch sozusagen der analytische, wissenschaftliche Input immer in solche Diskussionsprozesse. Das ist sozusagen charakteristisch für die Art von Projekten, die wir machen. Es ist immer gleich ein Lächeln auf meinem Gesicht, wenn ich über den Ruhrkampf reden kann. Was haben Fußball und Klimaschutz miteinander zu tun? Die können eine ganze Menge miteinander zu tun haben, interessanterweise. Das haben wir ja jetzt festgestellt, als wir in diesem Jahr zum dritten Mal den Ruhrkampf durchgeführt haben. Das ist ein Format, das wir vor drei Jahren ins Leben gerufen haben, wo wir alle großen Stiftungen in Deutschland an Essen einladen, um die Kräfte dann mal auf Fußballplatz zu messen, was ganz spannend ist, wenn man dann manche Kollegen auch mal in diesem Kontext kennenlernt und nicht nur in den üblichen Konferenzen. Und wir machen das dann so, dass die Stiftungen jeweils, muss sagen, eine Teilnahmegebühr entrichten müssen, die wir dann an einem guten Zweck zukommen lassen, oder ein Stiftungs-Benefits-Fußball-Turnier. Und in diesem Jahr ging die Spende an einen Verein, der Global United FC heißt. Global United FC wurde von Lutz Pfannenstiel, einem sehr bekannten und sehr ulkigen Torwart, der auf allen Kontinenten der Welt Fußball gespielt hat, als einziger Profi der Welt, vor drei Jahren, glaube ich, ins Leben gerufen, mit dem Ziel, für Klimaschutz zu engagieren. Das heißt, er hat ein Netzwerk etabliert von globalen, ehemaligen Fußballstars, wirklich auch aus allen Kontinenten, die dann überall auf der Welt Hilfsprojekte durchführen, die Aufklärungsarbeit machen, in Afrika in die Dörfer gehen sozusagen und zeigen, wieso bleiben hier jetzt eure Ernten aus sozusagen, womit hängt das zusammen. Natürlich auch Fußball spielen mit den Kindern und auch anderen Personen da vor Ort und einfach sozusagen das Thema transportieren, Bewusstsein schaffen, aber auch Bewusstsein dafür schaffen, was man denn nun tun kann. Sowohl sozusagen auf der Seite der Anpassung, wie kann ich mit dem umgehen, was ich sowieso nicht mehr vermeiden kann, aber wie kann ich vielleicht auch sozusagen dazu beitragen, dass es vielleicht nicht ganz so schlimm wird, wie es werden könnte, wenn man nichts tut sozusagen. Und ich glaube, das ist eine extrem wichtige Arbeit und das sind, gerade im Klimaschutz läuft mir das immer wieder über den Weg bei meiner Arbeit, dass man mit einer Reihe von Akteuren redet und ins Gespräch kommt, die man erst mal gar nicht so auf dem Schirm hat. Und ich glaube, das ist extrem gut und wichtig, weil wir, das merken wir in unserer eigenen Arbeit, ein großes Problem, eben, ich habe es vorhin schon kurz gesagt, bei der Kommunikation dieses Themas haben. Das ist ein schwer kommunizierbares Thema, aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil wir so etwas haben wie eine Entkopplung von Ursache und Wirkung, sowohl zeitlich als auch räumlich. Das heißt, die Treibhausgasemissionen, die eben in den Industrienationen seit 100 Jahren in die Atmosphäre geblasen werden, die machen eben heute ein Problem. Die machen aber heute ein Problem, eben nicht im Wesentlichen in den Industrieländern, sondern für einige Pazifikinseln oder Bangladesch sozusagen. Und andersrum, alles das, was wir heute vermeiden an Treibhausgasemissionen, wird Wirkung in 30, 40, 50 oder noch mehr Jahren zeigen, sozusagen. Das heißt, das macht es schwer anfassbar, schwer begreifbar für die Menschen. Und deswegen ist das ein schwer kommunizierbares Thema. Und es ist natürlich auch schwer kommunizierbar, weil es einfach, ich sage immer, nicht sexy ist. Klimawandel ist nicht sexy als Thema, sozusagen. Wir haben keine wirklich guten Botschaften bisher. Ich bin so eingestiegen zu erzählen, zu sagen, was alles Schlimmes passieren kann, wenn wir nichts tun. Das ist natürlich aber ein Duktus, mit dem man Menschen nicht mobilisiert. Da verkriechen sich Menschen dann eher und sagen, kann ich ja sowieso nichts ändern, als dass sie motiviert werden, was dagegen zu tun. Und das ist ein großes Problem. Und ich glaube, da können solche Multiplikatoren, gerade wie Profisportler, enorm viel bewirken, sozusagen als glaubwürdige Botschafter, die wir brauchen. Und das glaubwürdige Botschafter, denen die Menschen zuhören, die aber auch positive Geschichten erzählen können, glaube ich. Also das glaubwürdige Botschafter, positive Geschichten, das brauchen wir, glaube ich, in diesem Themenfeld. Und da eignet sich so ein Profifußballer einfach viel besser als ein Staatspräsident. Also das glaubwürdige Botschafter, nessa Baba-Gur богin. Vielen Dank.